Willkommen in der Ersten Österreichischen Fußballbibliothek. Seit dem Jahr 2016 können an vier Standorten der Bücherei in Wien verschiedenste Medien zum Thema Fußball entlehnt werden. In der Bücherei Liesing mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendfußball, in Meidling in der Bücherei Philadelphia-Brücke mit dem Schwerpunkt Mädchen- und Frauenfußball, in der Hauptbücherei am Gürtel in College 2, sowie hier in der Bücherei der Raritäten in der Zieglergasse. Von Fachzeitschriften und Sachbüchern über Trainingslehrbücher und antiquarischen Schätzen bis hin zu Comics, Spielfilmen, Schallplatten, CDs und Konsolenspielen sind alle relevanten Medienarten vertreten, die das Spektrum des Kulturphänomens Fußball widerspiegeln. Fußball ist eine universelle Sprache, die überall auf der Welt verstanden wird. Millionen von Kindern, Jugendlichen, Hobby-, Amateur- und Profispielerinnen, sowie Fans und Interessierte an diesem einzigartigen Sport sorgen dafür, dass der Fußball gesellschaftspolitische Tendenzen widerspiegelt. In seinen schönsten Momenten sehen wir Fairplay, Integration, Respekt und Zusammenspiel. Aber auch Hass, Gewalt, Kommerzialisierung und Korruption sind Bestandteile dieses Spiels. Die Erste Österreichische Fußballbibliothek verfolgt nun das Ziel, all diese Werke rund um den Fußball zusammenzubringen und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Denn Fußball ist, so Klaus Teweleit, Realitätsmodell. Fußball als Tore zur Welt.